Hallo und willkommen zu Watchmax's. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe schon viele Uhren von H2O gezeigt und diese Uhr wird voraussichtlich die letzte sein für einen gewissen Zeitraum, denn ich habe jetzt alle Uhren abgefilmt und euch auch alle gezeigt, die ich selber gefilmt habe. Vielleicht kommt dieses Jahr noch eine H2O Uhr im Rahmen meines Starclubs, aber das ist bis auf weiteres das letzte Video, was ich selber gemacht habe und es handelt sich hierbei um die H2O Calma 2 in der Slim-Version. Die Uhr hat den ganz, ganz typischen Auftritt der H2O Uhren sehr technisch orientiert, massiv, wirklich sehr maskulin im Auftreten, aber durch die gesamte Formgebung, insbesondere auch die Bauhöhe, auf die ich noch im Detail eingehen werde, ist sie am Arm wesentlich angenehmer zu tragen als die doch relativ hohen Uhren. Es bleibt eine männliche Uhr, es bleibt eine schwere Uhr, da muss man sich überhaupt nichts vormachen, aber die Uhr ist im Gegensatz zu anderen H2O Uhren wesentlich schlanker und flacher. Ich lasse euch jetzt für einen kleinen Augenblick mit Impressionen der Uhr alleine und komme dann zurück mit Zahlen, Daten, Fakten, insbesondere auch den Maßen der Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Uhr hat ein blaues Sonnenschliff-Ziffernblatt und hat einen Durchmesser von 42,5 mm am Gehäuse und 44 an der Lünette. Der Bandanstoß beträgt 24 mm und die Uhr ist bis 3000 m wasserdicht. Die Bauhöhe beträgt mit Saphirglasboden 11,98 und mit Stahlboden 11,93 mm, also 12 mm. Die Hörner sind relativ lang, Lack-to-Lack, also von Bandanstoß zu Bandanstoß, beträgt die Entfernung 53,4 mm. Und die Uhr wiegt gemäß Herstellerangaben 104 Gramm ohne und 214 Gramm mit Stahlband. Verbaut ist ein Saphirglas und die verschraubte Krone hat einen Durchmesser von 8 mm. Schauen wir doch mal, was meine Waage gesagt hat zu der Uhr. Das Band ist gekürzt auf eine Länge, die an meinen Arm mit 17 cm passt. Hier haben wir 214 Gramm, stimmt exakt überein mit den Herstellerangaben. Um die Uhr an meinen Arm zu tun, müsste ich jetzt meine Archimede Outdoor mit 41 mm Durchmesser abnehmen und lege die H2O Calma 2 Slim an. Ach, das ist der falschen Drücker erwischt, weil die Uhr hat eine Tauchverlängerung mit Doppeldrücker. Schauen wir mal, wie sie an meinem Arm sitzt. Eine schöne Uhr, gefällt mir wirklich gut, das Ziffernblatt ist toll. Auch der Kronenschutz ist in meinen Augen optisch sehr ansprechend gemacht. Das Band hat tolle Lichtreflektionen und ihr könnt sehen, die Uhr selber mit den 44 mm würde ganz gut passen. Allerdings ist nach meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten, der Bandanstoß, die Hörner, die 53 mm etwas zu lang für meinen Arm. Ja, das finde ich in gewisser Weise schade, denn eine solche Uhr würde mir durchaus gut gefallen. Die Uhr gibt es mit drei verschiedenen Werken zur Auswahl. Wir haben das ETA 2824-2, wir haben das ETA 2892 oder das Selita SW300. Wie bei fast allen H2O Uhren, finde ich die Kombinationsmöglichkeiten dieser Uhr unglaublich faszinierend. Die Uhr gibt es mit zwei unterschiedlichen Böden, mit drei unterschiedlichen Lünetten, mit 26 unterschiedlichen Ziffernblättern, mit sechs unterschiedlichen Zeigersätzen und drei unterschiedlichen Werken, was, wenn man das miteinander multipliziert, die unglaubliche Anzahl von 2808 möglichen Variationen ergibt. Unglaublich. Und das Ganze geht los bei einem Grundpreis von 950,81 Euro inklusive zwei Lederbändern. Also, ich bin da echt ziemlich begeistert von, das Stahlband muss separat erworben werden, ist aber wirklich sehr hochwertig, wie auch die gesamte Verarbeitung der Uhr in meinen Augen wirklich hochwertig ist und auch den Preis rechtfertigt. Die Schließe des Stahlbandes ist eine Schließe mit zwei Drückern zum Öffnen, sowie zwei Drückern für die integrierte Tauchverlängerung. Die Indizes, sowie auch der Schriftzug H2O und das Logo sind aufgesetzt. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet. Man erkennt den Schliff sehr deutlich. Es ist also keine feine Uhr, sondern eine Uhr, die den maskulinen Charakter deutlich unterstreicht. Das Stahlband ist verschraubt mit Innensechskantschrauben und der vertikale Schliff unterstreicht noch einmal den maskulinen und sehr kräftigen Charakter der Uhr. Das Stahlband gefällt mir aus mehreren Gründen sehr gut. Es wirkt sehr technisch, passt hervorragend zur Uhr. Was mir aber auch sehr gut gefällt, das sind die kurzen Glieder, wodurch sich das Band wirklich angenehm um den Arm schmiegt und es auch überhaupt nicht problematisch ist, das Band auf exakt die richtige Länge einzustellen. Es ist eben eine echte Toolwatch. Schauen wir mal, wie diese Toolwatch bei Nacht aussieht. Und auch hier zeigt sich, die Uhr übersteht auch diese Prüfung völlig problemlos. Ein richtiger, hellleuchtender Designansatz. Die Uhr ist sehr lange, sehr gut ablesbar und für mich selbst ohne Lesebrille überhaupt kein Problem. Ja, das ist die H2O Calma 2 Slimline. Eine Uhr, die für mich auf der einen Seite eine typische H2O ist, auf der anderen Seite aber auch eine Uhr, die sich deutlich angenehmer trägt mit 12 mm. Ich lasse mal die zweite Nachkommastelle unbeachtet. Und dadurch vielleicht für viele im Alltag sehr viel angenehmer zu tragen ist. Die größte Herausforderung bei dieser Uhr dürfte wahrscheinlich sein, die passende Kombination zu finden aus den über 2800 möglichen Kombinationen. Selbst wenn ich mich auf die konzentriere, die mir persönlich richtig gut gefallen, müsste ich mich immer noch zwischen 10 oder 15 Kombinationen entscheiden. Das macht es mir sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite erlaubt es mir aber auch wirklich die absolut im Design und Auftreten perfekt passende Uhr für mich zusammenzubauen. Dadurch sind die Lieferzeiten bei H2O etwas länger, weil jede Uhr individuell zusammengebaut wird. Ich denke, es ist absolut verständlich, dass nicht mehrere hundert oder tausend mögliche Varianten fertig zusammengebaut irgendwo in der Schublade liegen, sondern diese Uhren werden auf Bestellung in der jeweilig ausgewählten Konfiguration gebaut und dann an den Besteller versendet, der mit ein bisschen Glück ein Unikat hat, weil kein anderer exakt diese Kombination gewählt hat. Ich freue mich sehr darüber, dass mir ein Zuschauer angeboten hat, eine andere H2O-Uhr vielleicht im Rahmen des Star-Clubs abzufilmen. Es wird eine Bronze-Uhr sein. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird vielleicht August, September werden. Schauen wir mal um diesen Dreh rum. Ich wollte das nur schon mal ankündigen, weil ich weiß, dass einige meiner Zuschauer H2O gut finden, die Uhren toll finden und auch auf Bronze-Uhren stehen. Und diese Kombination wird dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit noch auf meinem Kanal gezeigt werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Uhr gefällt. Ansonsten bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren und erfreut euch an meinen nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.